Hallo Leute und Willkommen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Überlegen. Ja, ich habe es geschafft, jetzt in Fassung, dass man auch mein Gesicht sieht, also Facecam, ich habe gerade vergessen wie es heißt, also Facecam zu machen und es ist jetzt auch Tag. Wer nicht weiß, was das Projekt ist, also im Sinne ist es so, das Ziel ist es, so lange wie möglich am Leben zu bleiben, wenn man stirbt, ist das Projekt zu Ende. Ja. Und nu? Ich schreibe es einfach mal vor, Mann. Ich schreibe es einfach mal auf, guck. Ähm, wenn ich, oh Mann, das nervt, aber warte. Ich lege es mal hin und so kann ich, hoffentlich auch gemütlich fühlen, wenn ich, Okay, ich schreibe es einfach mal so, sterbe, dann ist das, dann ist das, dann ist. Das, hey, aborregar, projekt, Das, hey, aborregar, projekt, Das, hey, aborregar, projekt, Ich schreibe es einfach mal vor, wenn ich, das, dann ist das Projekt zu Ende. Ich schwöre, Alter, das ist richtig ungemütlich mit Facecam zu spielen. Ich weiß nicht warum, aber wenn ihr dasselbe tut, dann ist das auch voll ungemütlich, weil, wenn man, guck mal, wenn man das Handy so halten will, ne, dann spielt man ja und dann, und dann, Also, ich hab bis jetzt bei Kettakon, aber wenn man spielt, sieht man immer meine Hand, aber ich hab jetzt so ein, Ich hab jetzt so ein, ich kann jetzt einfach so gemütlich jetzt weiterspielen, vergess mir einfach das Thema. Und wir pflanzen jetzt ein. Sorry, wenn ich jetzt kurz einen Stopp oder einen Cut gemacht hab. Ah ja, ich pflanze einen Baum an. Namens. Ich nenn ihn den Wolfbaum. Warum Wolfbaum, ich weiß es nicht. Ist mir grad mal so eingefallen. Der Wolfbaum. Ist ein schöner Baum, der Wolfbaum. Er kann hier gut wachsen. So, hier. Runde. Vielleicht sehen wir auch manchmal, äh, nur mein halbes Gesicht im Video. Schreibt mir einfach in die Kommentare, ob es schlimm ist. Oder nicht. Dieser Dirtblock, der ist auch sehr hässlich. Es tut mir leid, der Block. Oh, mein halbes Gesicht wieder, puh. Kann mir auch lieber gar nichts sehen. Ich versuche möglichst, dass ihr mein Gesicht seht. Jetzt brauchen wir... ... Keine Ahnung, was wir brauchen. Wir brauchen einfach nur, dass der Baum wächst. Wir könnten Schafe suchen gehen. Weil ich mein ja, wenn es Nacht wird. Heute wird auch, äh, ein neues Projekt da sein. Staffel eins. Staffel eins. Wie heißt das nochmal? Fight Match. Fight Match ist, äh... Kennt ihr, äh... Castle und Ares und Lars oder so? Wir haben ein Projekt, namens Hardcore Heroes. Es ist genau wie Hardcore Heroes. Nur halt ohne Mods. Für die, die es nicht wissen, die erkläre ich es jetzt mal. Also... Man darf einen... Man muss... Mein Spawn, ne? Mein Spawn einfach. Irgendeiner Stelle. Ohne Items. Und dann geht man in zwei verschiedene Richtungen. Und dann sucht man das Gute. Und man muss immer versuchen, deinen Gegner zu töten. Stirbt er, ist er raus. Und dann ist das Projekt zu Ende. Und der Gewinner ist der Fight Matcher. Alter Nebens. Der Fight Matcher. Und dann ist der Hero Matcher. Der Fight Hero. Er wird dann der Fight Hero werden. So wird das heißen. Der Fight Hero. Mitmachen. Ein. Verst du, was du skalliði an andrer Auslös? Wir haben einfach keinen Tag und können das machen. Ja, warum sneak ich? Man kann einfach mal richtig geil... Richtig geil einfach mal... Wie nás nu? Ich habe genug Akku. Ich werde kurz einen Stopp machen. Und dann bin ich wieder da. Also ich habe jetzt einen kurzen Stopp gemacht. Und bin jetzt in meinen gemütlichen Stelle. Und mein Handy war im Akku, ne? Aber jetzt sieht man auf glaube ich nicht mehr nur mein halbes Gesicht. Aber wir könnten Tiere suchen. Ich könnte mir Lederboot. Aber wir brauchen Tiere. Woher kriegen wir Tiere? Wir suchen gehen. Wir funden. War da noch ein Schaf? Nein. Ich dachte, er ist mir sofort gekommen. Warum spiel ich irgendwie so viel Minecraft? Ich mag einfach Minecraft. Minecraft ist mein Hobby. Also wenn mir langweilig ist, dann let's play ich einfach Minecraft. Tja. Ich fühl mich grad gefickt. Aber bei Hardcore Heroes, das ist die Sünde Sache. Wir dürfen nix sagen. Wir dürfen nur im Chat kommunizieren. Schweine. Wie ist diese kleine Schweine? Ich habe eine Frage. Was ist ein Minecraft Spieler mit dem braun nackten Skin und er reitet auf dem Schwein? Ein Clash of Clans Schweinreiter in Minecraft. Die besten Witze der Welt. Einmal war, wenn mir Ulta ein Back, ne? Da hat mir mal ein Schwein ein Diamond gegeben. Ein Schwein hat mir ein Diamond gegeben. Weil ich meine ja nur, Warte, wie weit? Warum gibt mir ein Schwein ein Diamond? Ich bin ein großer Schwein. Warum sind hier so wenige Tiere? Mir fehlen genau zwei Wolle und drei Leder. Ich will mir Boots craften. Die Sonne. Ab ins Meer. Fuck. Und mein Hobby ist, ich let's playe Minecraft. Aber manchmal sag ich einfach irgendwas, ohne zu wissen was. Ey, nicht. Und wieder. Ich muss ganz schnell Schafe finden. Ey, wenn ich sterbe, dann oh mein Fuck. Okay, bitte. Nur zwei Schafe. Nur zwei Schafe. Nicht bei der zweiten Folge sterben, Moby. Okay, wenn ich unter der zehnten Folge sterbe, bin ich Michael's Survival Game Noob. Ich darf nicht. Warte. Ja, meine Rettung. Meine, 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 meine Ultra-Rettung. Meine, bitte gib mir Leser. 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 Bitte gib mir. Warte, ich habe eine Wolle. Okay, Leute. Jetzt. Mir fehlt eine Wolle. Eine Wolle. Gib mir Kuh. Gib mir drei Leder. Und dann gibt es mir zwei. Fehlen wir noch. Es ist Nacht. Ich hasse Nacht. Ey, wenn wir nach Hause gehen, dann ist die Folge auch immer zu Ende. Leute, wenn wir jetzt von Zombies attackiert werden. Aber wo sind eigentlich Zombies? Ich suche jetzt mal lieber. Kann ich? Ich will Schafe suchen. Aber ich gehe nach Hause. Ich sehe fast nichts mehr. Mein Handy ist. Ich sehe fast nicht. Ich sehe fast. 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 Und liebe Leute, das war es mit der heutigen Folge Let's Play Minecraft überleben. Bis zum nächsten Mal.